Hi Leute und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal GamerArea. Heute sind wir einmal im Brawl Test und in unserem Farmboog. Da ja, ich wusste nicht, was ich für ein Oster-Special-Video machen soll, deswegen habe ich einfach beides gemacht. Und den Rest sind wir als Zivilpolizist unterwegs und oben links pushen wir PyPair. Also ihr könnt halt euch das aussuchen, was ihr wollt. Einfach guckt ihr einfach drauf. Und ja, ich erzähle nebenbei ein paar Sachen. Lassen wir einen Screenshot machen. So, und ja, wir pushen PyPair auf jeden Fall auf Rang 20 oben und unten. Wir spielen einfach ein bisschen SEK und ja, nur kleinen Vorwarn und ich habe zweimal mein Auto durchschrottet. Glänzleistung. Naja, auf jeden Fall, ich wünsche euch einen frohen Ostern. Entschuldigung, dass das Video jetzt ein bisschen später kommt. Ähm, ja, aber ich finde eigentlich... Ja. Ostern ist ja noch, deswegen... Ja, also am Dienstag wegen Streamen weiß ich doch noch nicht ganz, ob ich es da schaffen sollte. Am Mittwoch ist auf jeden Fall Streamen, genauso wie Freitag. Donnerstag auch mal sehen, aber Dienstag weiß ich noch nicht, ob wir dann rechtzeitig dann wieder da sind. Ja. Wir starten auf jeden Fall die erste Runde im Brustrand und sind jetzt auch schon am Hafen in Nordhof Hamburg angekommen. So, ich hatte halt auch keine Lust, zwei Videos zu machen, sondern halt, ja, weil, ja, das hätte alles Doppelsprache gebraucht. Na, oben hätte ich zwar schon gesprochen, aber ich wollte dann auch nicht zwei machen, weil dort hatte ich euch nicht froh Osternwünsche, weil das war eigentlich schon ein bisschen eher aufgenommen. Also, naja, der Täter ist unten schon geflohen und oben bin ich auch schon tot, da kämpfen jetzt, ähm, ja, nur noch zwei gegeneinander. Aber, aber ich denke, das schaffen wir, ja, damit ist auch die erste Runde gewonnen. Unten, ähm, schieben wir die Stopsticks, das gefährt erstmal rein, naja, ist nicht ganz so spannend, aber ihr könnt gerne hinter uns. Kommt gerne auch an die Roblox-Truppe, solltet ihr noch nicht da sein. Im YT Gamer Error. Ja, oben falten wir gerade richtig fett, also wenn ich so, ähm, spiele so richtig, dann mach ich das natürlich auf Handy. Ja, auch das, ähm, Edgar-Push-Video, ähm, das, also am Dienstag würdet ihr wahrscheinlich auch keine Antonymen nehmen, dann gehe ich dann einfach live, wenn es mir passt. Und ich hoffe, das Video wird auch mal wieder ein paar Aufrufe haben und nicht so wie das 750-Abo-Special nur, ähm, 70 Aufrufe, weil das fand ich ein bisschen traurig. Besonders, wo ich, wo auch im Titel stand, ob ich mit YouTube aufhöre und wo ich alles erklärt habe. So, ja, sollte jetzt auch nicht Clickbait sein, aber ja, weil es hatte ja schon irgendwie was damit zu tun. Naja, starten wir auf jeden Fall die nächste Runde Brauses rein. Ich weiß zwar nicht, was ich unten vorhatte, aber egal. Ich lasse es auch laufen, denn ich habe auch ein paar Infos, die ich noch erzählen muss. Ja. Also nebenbei natürlich, und ich wünsche euch frohe Ostern und, ja, es gibt ein kleines, ähm, ja, Gewinnspiel, würde ich mal sagen. Also, nicht richtig Gewinnspiel, sondern auf jeden Fall, ich muss überlegen. Auf jeden Fall gibt es, äh, in der Roblox-Gruppe, ähm, ein, Ooster-Merch, wahrscheinlich. Ja, ich guck mal. Also, es gibt auf jeden Fall Rabatte. Ihr guckt einfach mal bei Community rein. Dort steht es dann, was es genau für Rabatte gibt. Das werde ich heute auch noch posten. Also, damit ihr dann, ähm, morgen oder so das kaufen könnt. Oder ich mach's morgen früh mal sehen, aber ich versuch's heute noch zu machen. Und, ja, also, deswegen, bin ich euch auf jeden Fall froh, und ihr habt auch schon tolle Sachen gefunden, hoffe ich. Also, ich persönlich gehe erst morgen auf Ostereier-Suche. Also, ähm, heute haben wir nur von meiner Großmutter, vom, äh, Opa, ein Kulade gekriegt. Ja, und Ostereier-Suchen wir dann morgen. Ja, morgen bin ich wahrscheinlich auch den ganzen Tag nicht zu Hause. Das weiß ich aber nicht richtig. So, jetzt schreibe ich mal kurz mit einem Dude, DRK. Ja, Robin ist in der Gruppe von Bross ist wieder in die nächste Runde. Wir haben jetzt mittlerweile schon Rann 19 erreicht, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Livestreams mit euch. Und ich hoffe, es wird auch mehr Aufrufe drin, sag ich mal so. Wieder, also ich bin jetzt auch nicht so Abo- oder Lightsüchtig, das will ich ja gar nicht sagen. Ähm, aber ich würde mich halt freuen, weil damals hat mir halt so 1.000, ähm, Aufrufe oder mehr so gemacht. Wo ich mich schon mal gefreut habe, dass dieses, ähm, 5-Video dann, am Anfang hat das 250 Aufrufe und dann gehen die auf 2.000 hoch. Fand ich sehr cool. Ich dachte erst am Anfang wie wenig Aufrufe das hat und dann ging es aber noch weiter runter. Und es hat nicht so richtig funktioniert. Funktioniert. Naja. Aber es war trotzdem eine tolle Zeit auch in Notrufarmburg.de. Das ist auch keine Frage. Es wird auf jeden Fall weiter in Notrufarmburg kommen. Aber halt auch, wo ist das? Und schreibt mal, wie ihr das Format findet. Ähm, sollen wir da häufiger so 2er-Videos machen? Halt, ja. Es ist sehr cool, dass man dann so umschalten könnte, dass das so zu jedem gesagt wird. Aber ihr könnt ja zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt Brows ist, ihr guckt, ähm, könnt ihr, ähm, natürlich, ähm, oben gucken und wenn ihr lieber Notrufarmburg wollt, dann unten, weil dort passieren ein paar spannende Sachen. Und oben genauso. Also ja, das ist nur, ähm, zum Beispiel, ja, ein paar Spoiler, was jetzt im Livestream noch passieren wird, so. Mini-Games vielleicht, äh, weiß ich halt noch nicht. Mini-Games, ob da, kommen auf jeden Fall auch nochmal. Aber zum Beispiel werde ich, also ich würde nicht zu viel verraten, auf jeden Fall, was ihr schon wisst, dass am Dienstag oder halt Mittwoch, je nachdem, ob wann ich kann, ähm, werden wir, ähm, Edgar auf Rang 25 pushen von 0 Trophäen auf 750. Das wird dann auch als Video so kommen. Oder dann, ein, was kann ich euch nur sagen, dann, ja, das eine sage ich euch mal noch nicht, aber zum Beispiel, ich will auch Gold, ähm, ich will auch Search Gold 3 machen. Das wird dann auch im Livestream wahrscheinlich passieren. Und ja, dann gibt's dann noch ein Challenge-Video und da muss ich dann halt auch ein Live machen. Aber das kommt dann noch. Ich sage euch nur, so viel, es hat was mit Fang zu tun, also was auch da drin passiert ist, passiert wahrscheinlich nicht nur das eine oder mal sehen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Aber, ja, auf jeden Fall, es läuft schon wieder gut im Brawl Stars. Also, ja, ich hatte gestern auch gegen einen, ähm, mit 30.000 Trophäen gespielt und Fang. Und, äh, da wurde mir eigentlich, mag ich Fang nicht so, ist auch nicht so. Und, ähm, ich hab gefühlt alle Runden gefühlt fast verloren. Ähm, und dann hab ich Fang genommen. Die erste Runde hab ich gewonnen. Er hat gesagt, können wir nochmal machen? Hab ich gesagt, ja, gerne. Und dann hab ich wieder gewonnen. Aber ich wusste nicht, dass ich, äh, so gut war. Oder der andere war einfach schlecht mit Fang, weil wir haben eins versus eins gemacht, also. So, jetzt oben wird's spannend. Und unten, ja. Da wird's nicht ganz so spannend. Das ist gerade. Es gab's gerade auch eine Schießerei. Ich versuch halt auch immer auf beide zu gucken, damit ich weiß, äh, wo ich was erzählen muss. Und, also, wie du sagst, oh, jetzt hab ich schon verloren, Tuffeln. Aber, das passt schon. Also, deswegen, ich freu mich natürlich komplett über euren Support trotzdem noch in dem Livestream. Wann war 19 dann, kurz vor Ende? Und wieder eine dann noch gefragt, ähm, ich weiß gar nicht, wie der hieß nochmal. Der hat gefragt, ob man schon spenden kann. Wiss ich warum? Und er so, weil ich gerne 50 Euro spenden würde. Ja, das war... War cool. Es werden natürlich gleich gewillen, aber ich könnte leider noch nicht spenden. Na, der fragt, ob es wenig Mitgliedschaften näher ist. Nur Roblox-Truppe, also. Ja. Aber halt, ich hatte ja die Umfrage gemacht, Nutz-Farmburg oder, ähm, und da haben halt super viele abgestimmt. Aber ich frag mich, warum kriegt dann zum Beispiel das Nutz-Farmburg-Video nur 10 Likes? Es haben 40 abgestimmt, circa. Und, ähm, 45% für Nutz-Farmburg und, ähm, 55% jetzt für, ähm, Rollstars. Es ist ein bisschen mehr, das Binnen. Aber ich fand, das war halt sehr knapp. Deswegen hab ich mich entschieden, beides jetzt doch zu machen, mit halt, beide dann kommen. Und ja, ich hoffe, das wird dann natürlich auch bei mir aufrufen. Also, ich will da jetzt auch gar nicht so viel machen. Aber, ja. Aber ich lass mich ruhig wissen, ob wir mehr solche Videos, weil manche mögen beides. Darf ihr beides in einem Video oder soll ich eher abwechselnd machen? Oder nur? Also, schreibt das gerne mal rein. Also, ja. In der Roblox-Truppe gibt's auf jeden Fall irgendwas Neues. Das schreib ich auch nochmal in Bye-Bye-Träger rein, morgen früh oder heute Abend noch. Ähm, ja. Ich bin natürlich, ähm, komplett happy, aber trotzdem, und, ja, wir haben die 800 Abos fast gestanden. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr auf den Abo-Button und auf den Like-Button drückt. Ui, jetzt wird's spannend unten. Ähm, wenn du so farmburg. Ja, so dumm bin ich auch. So, gleich geht man auch. Na, ich spoiler nicht. Aber ich war ein bisschen dumm, sag ich mal so. Sagt das so hin? Uli, naja. Ähm, dort liegt nur noch Edda und ich verta... Ich bin fast gestorben, wegen... ...rum, ähm, bei, ähm... ...denis... ...brosses, ähm... ... bin ich fast gestorben, und so. So, easy to... ...hoffe ich. So, äh, äh, 27 Trophäen fehlen. Dann sind wir ran, ähm... ...dann sind wir ran. ...20. Wenn ihr wollt, können wir auch dann mal Piper an 25 irgendwann machen, streamen oder so. Keine Ahnung, bei Piper ist halt ein bisschen schwerer, würde ich sagen. Ich schreib so 8K will ich unten in unsere Farmburg. Und... ...kurz Spoiler, ich hab's Geld gekriegt, aber ratet mal, wie viel. Also, ich sag so viel, es war nicht 8K. Das hat mich zwar gewundert, warum? Weil ich glaub, der hatte nicht ganz 8K, der hatte mir auch vorher geschrieben, dass er nicht so viel hat. Und, ähm... Ja, jetzt hab ich nochmal das Teil sehen. Und er hat uns dann 7K, den werdet ihr auch gleich sehen. Oh. Und oben wird's grad spannend. Jetzt ist er verreckt. Der eine, nur noch der Fan lebt. Ich bin natürlich auch schon tot. Was heißt natürlich? Aber, ja. Also, ich find, mit Piper zu spielen macht auch sehr Spaß. Also, jemand aus meiner Klasse, 12 aus meiner Klasse, um die, ich glaub, 29. Einer aus meiner Klasse, der hat heute, ähm, Legendary, ähm, 1 erreicht. Also, der ist jetzt Run, äh, Legendary 1. Und, ja, der hat auch einen Hany Run 30. Der ist der einzigste, der hat den einzigen Run 30er aus unserer Klasse. Ja. Letztens war ja auch im Stream jemand aus unserer Klasse, dabei. So. Mal sehen, ob ich jetzt die, es wird, aber werdet ihr sehen. Ich hab's ja schon leicht gespoilert. So, und damit ist der nächste Win & Bross in der Tasche. So. Jetzt fehlen uns nur noch zwei, äh, 18. Da unten hab ich's bekommen. so. YouTuber treffend auf der Farm und bin ich natürlich auch noch da am 1. Juni. Also, nur zu Farmburg macht auch noch Spaß. Und hab jetzt auch geguckt, ob der richtige mir das Geld überwiesen hat. So. Mein Auto ist ja natürlich auch noch, ähm, Schrott. so. Jetzt müssen wir doch mal langsam in den Tegner kriegen. und wir laufen jetzt erstmal ganz entspannt unten zur Police Station. Weiß jetzt ein, zu nur so, äh, guck jetzt ruhig zu Bross 2. Es wird jetzt kurz langweilig, weil es passiert nichts Spannendes. Wir laufen nur zur Police Station. Ich wollte, dass es genauso lang heißt wie das Brosses Video. Ich hab schon ein bisschen gekuckt, äh, also eigentlich war erst das ein Fang-Video leider, aber da muss ich am Ende noch ein bisschen was kürzen, weil es nicht so viel passiert. So. Also guckt jetzt ruhig oben. Ich bin jetzt auch kurz oben, aber ich sage euch rechtzeitig Bescheid mit dir dann nicht die ganze Zeit nachher gucken müssen, ob es jetzt in unserer Form weitergeht. So, da wird jetzt der nächste Sieg nur noch eins Sieg, äh, da bin ich, äh, Rand 20. Spoiler mal nicht, ob ich gewinne oder verliere, ich weiß es gerade. So. Also wenn wir jetzt die Runde gewinnen oben im Brosses, dann haben wir sozusagen, sind wir Rand 20. So. Jetzt bauen wir uns mal wieder das Auto in Nordrhein-Hamburg. Aber diesmal den DLC. Kurze Spoiler, gucken wir jetzt auf die HP-Hälfte vom Auto. Ja. Und ich sage euch eins, die würde nicht lange so stehen bleiben. So, Polizist ist am Boden, da müssen wir ganz schnell hin. Ich der ist mal komplett reinkackt mit Fahnen, lieber. So, jetzt wird es schwer für mich im Brosses. so, jetzt leben nur noch zwei Jahre. Bin ich ein bisschen falsch gesprungen? Aber wenigstens lebt jetzt halt nur nach der Edgar. Mal sehen, ob ich dann überhaupt noch gewonnen hatte. Seht halt den Edgar nicht, oder war der dann auf mich draufgesprungen? Ich weiß nicht, ob ich die erste Runde noch gewonnen hatte. Na, gut. Ich hätte es noch machen können, aber meine Ultras hat nicht funktioniert. geil, der erste Crash mit Was geht los? Ich glaube, ich habe geschafft, mein Auto innerhalb von einer Minute wieder Schrott zu fahren. Wir sehen sie aber gleich. So, ja, wurde ich erst mal getroffen. das ist natürlich schwer noch. Ja, gut. Die Runde haben wir verloren und damit ist, also dieses Match haben wir verloren. Deswegen müssen wir jetzt noch tatsächlich zwei Runden glaube ich spielen. Ja, so, bei Hafen bin ich gerade. mein Auto ist schon fast kaputt jetzt, weil ich im Tunis öfter stück crash bin. Täter ist glaube ich nicht nicht mehr da. Das ist schon eingeküttelt. Aber jetzt bin ich auch tot. Ach, es ist eins, es ist eins. Roman, wo ist das? was? So. So, jetzt hat die die durch die durch die Wand schießen. Ja, war es nicht gemacht. So. Was ist hier? Hier, werf doch drauf. Das hat mich da auch aufgeräumt. Mein Auto ist schrott. Natürlich, zum zweiten Mal. Innerhalb von einer Minute, glaube ich, war mein Auto wieder schrott. Nee. So. So, jetzt die zweite Runde müssen wir gewinnen. Es lebt noch nur ein Diener, den habe ich schon gesehen. bin. So, ich würde jetzt auch sagen, dass wir es mit dem Video wählen sein. Haut rein, Leute, und ciao, bedau. So, ich würde jetzt auch sagen, dass wir es mit dem Video wählen sein. Haut rein, Leute, und ciao, bedau. ZOMBIE APOCALYPSE